Dialog 1 Guten Tag, ich heiße Pablo Puente. Wie heißen Sie? Guten Tag, ich heiße Maria Canale. Guten Tag, ich heiße Anne Dams. Wie heißen Sie? Guten Tag, ich heiße Eleni Dumitru. Woher kommen Sie, Frau Dumitru? Ich komme aus Rumänien, aus Deva. Und wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne in München. Und Sie, Frau Dams? Ich komme aus Berlin und wohne jetzt in München-Pasing. Dialog 2 Hallo, ich bin Ben. Und wer bist du? Hallo, Ben. Ich heiße Eleni. Hallo, Eleni. Ich bin Maria. Entschuldigung, wie heißt du? Maria. Hallo, Maria. Hallo, ich bin Pablo. Und wer bist du? Ich heiße Dana. Ich komme aus Lublin. Das ist in Polen. Woher kommst du? Ich komme aus Leon, Spanien. Und wo wohnst du jetzt? In München. Ich bin Boris Fischer.